Dauerstreit, schlechte Umfragewerte und eine schwächelnde Wirtschaft. All dem will die Ampelkoalition bei ihrer Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg etwas entgegensetzen. Zwei Tage nehmen sich Kanzler Scholz und seine Ministerinnen und Minister dafür Zeit. Was die schwierige wirtschaftliche Situation im Land betrifft, wollen SPD, Grüne und FDP ein Wachstumspaket auf den Weg bringen. Aber wie so oft gibt es auch hier noch einiges zu diskutieren. Etwa einen möglichen Industriestrompreis. Kürzlich in einer Gießerei in Krefeld. Eigentlich wollen sie hier gerade Eisen schmelzen, doch das wird in die Nacht verschoben, dann ist der Strom für sie billiger. Die hohen Kosten werfen Planungen über den Haufen, viele energieintensive Unternehmen fürchten um ihre Wettbewerbsfähigkeit. SPD und Grüne wollen mit einem vergünstigten Industriestrompreis helfen. Die FDP ist dagegen. Ein Industriestrompreis sorgt eigentlich nur dafür, dass sie wenigen Unternehmen sehr, sehr viel Geld zur Verfügung stellen und belastet den Bundeshaushalt sehr stark. Aber vor allen Dingen sorgen wir dafür, dass wir den breiten Mittelstand in Deutschland nicht entlasten, dass diejenigen, die auch energieintensiv sind, aber vielleicht nicht so groß wie einzelne Industrieunternehmen, dass die keinen Zugang zu günstigem Strompreis kriegen. Eine schwierige Debatte für das Kabinett, das sich zuletzt im März in Meseberg traf. Beim geplanten Bürokratie-Entlastungsgesetz hingegen hofft die Ampel, sich leichter einigen zu können. Vor seiner Reise zum Treffen in Brandenburg hat sich Bundeswirtschaftsminister Habeck im ARD-Morgenmagazin auch zum geplanten Industriestrompreis geäußert. Im Interview mit Michael Strempel ging es um die Frage, ob es gerecht ist, wenn von den angedachten Vergünstigungen wenige große Unternehmen profitierten, nicht aber der Mittelstand. Die Frage ist, wollen wir diese Industrie halten? So wenige Unternehmen sind es nicht, ungefähr 2.500. Da ist also auch viel Mittelstand dabei. Aber die Definition, die ich vorgeschlagen habe, mit Rücksicht auf den Haushalt, ich würde gerne mehr geben, aber dann müsste der Finanzminister die Spardose weiter aufmachen. Deswegen habe ich mich auf die energieintensiven Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, konzentriert. Und das sind 2.600, 2.300 bis 500, 600 Unternehmen in Deutschland. Und die würden sonst, deswegen der internationale Wettbewerb, nicht in die Zukunft investieren. Ich sage nicht, dass die chemische Industrie, die Grundstoffindustrie, dann morgen aus Deutschland verschwindet. Aber sie werden dann nicht in den Standort weiter investieren und perspektivisch dann Deutschland verlassen. Und diese Frage muss man eben auch beantworten. Und wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, der Kollege von der FDP eben, Herr Köhler, hat recht. Der breite Mittelstand, wie die Verbraucherinnen und Verbraucher, wird davon natürlich nicht adressiert. Aber da arbeiten ja Leute. Es ist ja nicht so, dass nur CEOs das Geld bekommen, sondern es ist gebunden an die Transformation. Und umgekehrt ist der Vorschlag der FDP, die Stromsteuer abzusenken, was ich super finden würde, wenn das gehen würde, keine Entlastung für diese Unternehmen, weil die keine Stromsteuer zahlen. Die zahlen gar keine. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber die Grundsatzfrage ist, wollen wir in Zukunft in Deutschland eine energieintensive Industrie haben? Und ich sage ja. Wenn dieses Argument so einleuchtend erscheint, warum erreicht es den Kanzler nicht? Der macht sich doch nach eigener Aussage Sorgen um den Standort Deutschland und die Wettbewerbsfähigkeit. Wieso kriegen Sie den nicht auf Ihre Seite? Das Argument erreicht ihn ja. Ja, es gibt eine breite Unterstützung. Gestern hat die SPD-Fraktion, also seine eigene Fraktion, so ein Konzept gefordert. Die Gewerkschaften, die Industrieverbände wollen es. Also ich hatte schon politische Situationen, wo ich nicht so viel Unterstützung hatte. Und ich denke, die Nachdenkprozesse sind bei den anderen auch im vollen Gange. Mal schauen, wohin man sich bewegen wird. Also Sie glauben, die Zeit arbeitet für Sie in dieser Frage? Die Zeit arbeitet jedenfalls gegen die Wirtschaft. Wenn wir noch lange hier herum diskutieren, dann ist es auch fast egal, was wir entscheiden, weil dann die Investitionsentscheidungen oder eben nicht getroffen sind. Die stellen ja jetzt ihre Wirtschaftspläne für die nächsten Jahre auf. Und darum geht es ja, diese wirtschaftliche Schwächephase jetzt auch mal zu durchschlagen, indem jetzt Investitionen ausgelöst werden. Natürlich auch in 27, 28. Aber vor allem müssen wir jetzt wieder in Wachstumsphasen reinkommen. Deswegen, keine Entscheidung bedeutet dann irgendwann auch, dass die Entscheidung dann auch getroffen ist. Investitionshemmnis ist auch die große Bürokratie. Hinter dem Begriff Bürokratieabbau wollen sich gerade alle versammeln. Die FDP, Sie, die Union auch. Aber Ihnen und den Grünen wird vorgeworfen, Sie schaffen ja gerade viel Bürokratie, dadurch, dass Sie hohe Standards fordern, die nachgewiesen werden müssen im Energiebereich, bei der Gebäudedämmung, beim berühmten Gebäudeenergiegesetz, Lieferkettengesetz, all sowas schafft Bürokratie. Gehen Sie da im eigenen Laden quasi jetzt mit gutem Beispiel voran und lassen das wieder sein? Das würde ich behaupten, ja. Ich glaube, dass das Wirtschaftsministerium und wir, die Grünen, auch die Kollegen in anderen Ressorts in den letzten 1,5 Jahren, wirklich Bürokratie abgeschafft haben. Und wir gehen so vor, und zwar anders als in den Legislaturperioden davor, wo ja nichts passiert ist, dass wir von der Praxis aus agieren. Also wir maßen uns nicht an, zu wissen, wie es geht, sondern ich habe eine Einheit in meinem Ministerium geschaffen, die geht in die Betriebe ran, guckt sich an, wie die Anträge ausgefüllt werden, und dann schrumpfen sie sie zusammen. So dass wir gerade jetzt vor kurzem bei dem sogenannten... Noch stimmen die über die komplexe Antragslage. Ja, das hat sich auch ungefähr 50 Jahre lang aufgebaut. Das hofft man natürlich nicht, in 15 Monaten abzubauen. Aber im Bereich von erneuerbaren Energien, Leitungsverlegungen, aber auch beispielsweise von Anträgen sind wir vorangekommen. Wir haben gerade bei dem Solarpaket ungefähr 50 Maßnahmen gebündelt oder abgeschafft. Und das müssen wir jetzt bei Unternehmensgründung, bei Bauanträgen, bei Berichtspflichten, bei Arbeitsberichtspflichten und so weiter aufschauen. Aber Vorschriften und Normen kommen auch von Ihnen, die nachgewiesen werden müssen. Kann man die auch reduzieren? Es ist natürlich ein Instrument der Politik gewesen, Normen, Berichtspflichten aufzustellen. Das soll jetzt sich aber ändern. Ja, da haben sicherlich grüne Regierungen auch was gemacht. Aber das Lieferkarten-Sorgfaltspflichtengesetz beispielsweise ist in der letzten Legislatur, also von CDU und SPD, beschlossen worden. Und insgesamt haben die Grünen seit 2005 nicht mehr regiert. Also es ist jetzt nicht so, dass die ganze Bürokratie durch Grüne entstanden ist. Es ist aber auch egal, wer sie geschaffen hat. Wir haben uns da verheddert in einem Dickicht. Das heißt nicht, das will ich ausdrücklich sagen, dass wir die Schutzstandards absenken müssen bei Umwelt, Gesundheit, Lärmemissionen. Aber wir müssen sie bündeln, nicht doppelt und dreifach berichten.